Brulette System Stern Großstern bei Selm Genzi, ein getragene Marke. Live Gambling im Internet Casino. Wie Sie auf dem Video sehen, wurde das System live im Internet Casino gespielt. Das Ziel ist, innerhalb kürzester Zeit einen Überschuss von einem Stück zu erzielen. Wie Sie im Video sehen, war dieser Gewinn bereits in CH3 Co-Obs da. Und zwar ein Gewinn von insgesamt plus zwei Stücken auf einfache Chancen. Der erste Co-Obs war die 5, der zweite Co-Obs war die 32. nach dem System war. Daraufhin ein Satz erforderlich, und zwar. Auf Schwarz-Rot kein Satz. Auf Per ein Satz. Auf Passe ein Satz. Beide Sätze wurden gewonnen, es erschien die 24 und somit war die. Part-Time mit zwei Gewinnstücken auf einfache Chancen zu beenden. Das System befindet sich auch in unserer kostenlos zum Download. Bereitstehenden Software, und hier nochmal die. Systemregeln. Erstens, wenn letzte beiden Co-Obs eine Intermittenz war, dann Satz auf Serie. Zweitens, wenn in den letzten drei Co-Obs nach einer Intermittenz eine 2er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Drittens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Viertens, wenn letzter Co-Zero, dann Satz gegen die Chance, die vor dem Zero gefallen war. Zweitens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Zweitens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Zweitens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Zweitens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie. Zweitens, wenn eine 3er-Serie gefallen ist, Satz auf Abbruch dieser Serie.